Und dann lande ich hier auf der Erde und habe so viel Liebe in mir und ihren Glauben an mich. Dass ich rumlaufe, als wäre ich wunderschön und singe, als hätte ich diese beneidenswerte Stimme. Ich bin so davon überzeugt und so in diesem Irrglauben, dass ich mir einbilde, die Leute hörten mir zu. Ich baue mein Wohnwagen mit Bettina. Soll ich Ihnen jetzt im Detail erzählen, was passiert ist? Ich bitte darum. Wir haben gevögelt. Zufrieden? Schönes Arschloch. Lecken. Das Arschloch, nicht die Pussy. F vary. Das Arschloch, nicht die Pussy. Vielen Dank.